Ich schätze mal, wir müssen da hin. Sobald wir hier durchkommen, danke. Ja, sieht so aus. So. Hm, hier lag das richtig. So, wahrscheinlich wegen den Flammen hier. Oh nein, Soltan. Na, wartet. So. Na, von wegen Niederschlag. Zeit für eine Schwalbe. Na, von wegen der Schützformagie. Natürlich, von wegen. War bestimmt ein Bluff. Nice. So, Kommandeur, das war's für dich. Hm, tschau. Ein Frontalangriff, okay. Machen wir das. Hm. Nehmen wir. So. Schön. Nicht schön. Na komm. Danke. Können wir auch essen. So. Hm. Na, das sind ganz schön viele. Egal, das packen wir. Hm. Okay. Was? Ach. So ist das, hä? Ich komm nicht durch. So ein Mist. Zeit dafür. Zwei Kommandeure und dich als Bogenschützen im Hintergrund, okay. So. Okay, was? Was war das denn? Schnauze. Ja, beide betäubt. Nice. Ja, das mit der Magie. So, ein Bluff und ich bin anfangs noch darauf reingefallen. So, Schnauze und du auch. Hm. So. 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 Oh, 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 oh. Äh, was ist jetzt? Ach, auf einmal? Okay. Hm. Fertig auf ihn noch zu impfen. So, Moment, ihr müsst so... Oh, so viele. Ja, was? Was war das denn? So, und jetzt du. Wow, Geralt, ernsthaft. Würdest du mal bitte? Danke. Oh, sind die ätzend. Meine Fresse. Das waren noch nicht alle. Ach, nein, noch mehr Feinde. Das geht doch richtig ab hier. Oh. 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 Flaming Rose. Mhm. Witcher, are you all right? You arrived just in time. Um bring an... Grandmaster of the Order of the Flaming Rose. Geralt of Rivia. Witcher. I have heard much about you, and know of your deeds, from a very trustworthy source. Explain, please. Haha. Geralt of Rivia asking me for explanations. He who so generously lavishes his wisdom upon others. Forgive me for not laughing. I just didn't get the joke. I don't intend to explain. Unlike you, I'm one to act. I want to laugh when I recall your pseudo-philosophical reflections. Witcher, only time can teach us. Only with perspective can one understand what is right. Who is human? Who a monster? What is evil? And how to overcome it? I'm in no mood to guess. So why don't you just tell me what made you so bitter? Otherwise we should part. Forgive me, I can get irritable. No, they sometimes tell me of your deeds. And though I don't approve of them all, I'm always genuinely interested to hear them. And how did I earn the interest of the Grand Master of the Order of the Flaming Rose? I like to know what goes on in Temeria. It helps me appear in the right place at the right time. Mm-hmm. Incidentally, thanks for your help. Though you're not human, every night's duty is to aid those in need. An element of our vocation. Beautiful words, yet hollow when the cries of the murdered are in the air. I understand. They don't apply to elves and dwarves. You're mistaken. The Order's oath is clear and bright. Every night swears to enforce the law. You cannot deny the non-human uprising is directed against the state. The Order was formed to uphold the law, maintain peace, and ensure our survival from the approaching white frost. Vizima was erected on elven foundations. We both know that is immaterial. I regret what's happening. But the non-humans took up arms. There is but one way to save the world from annihilation. Your way, you mean? Do you know anything about the Order? The Order is an idea. From its foundations to its pinnacle. Our mission. Our vision. Our objective is a new world. A new order that will come after the white frost. A world in which all will get what they merit. Not by birth or through connections. A world where the strong help the weak. And crime is duly punished. A world of clear principles and ideals. You must know anyone can join. Be they peasant, merchant, even witcher. Knights collect no payment. And are promoted for great deeds. And you'll decide who will be awarded the honor of living in an ideal world? That's demagogy. Words that conceal a lust for absolute power. After all, you will have to bring those who stray back onto the path. No, Jacques. I'll pass on a paradise like that. I hope when the time comes, you'll understand. Don't let me keep you. But I don't like to owe favors. You've paid your debt. I don't understand. You owe me nothing. Our rest is over. Fall in. Farewell. Okay. Und die sind auf einmal weg. Okay, da muss ich später noch hin. Tja. Ich muss weiter. Tolle Quests. Hm. Ich weiß nicht so recht über ihn. Seine Welt. Okay, da könnte ich zurück. Interessant. Hm-hm. Aha. Okay, wie war der Code? Zwei Feuer und ein Luftzauber. Das war's glaube ich. Hm. So viele Gegner. Na ja, die sind schnell erledigt. Ja, danke für den Lag. Dankeschön. So. Speicher hier mal. So. Okay. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. So. Und zack, zack und weg. Na, der ist schon weg. So. Hm-hm-hm-hm. So, kein Problem. Und tschüss. Hm. So. Feuerstelle. Lelele. Wo bin ich hier? Flüchtlingshörle. Hm. Okay. Hm. Das ist der Friedhof. Okay. Hm. Still ein Dollar. Äh, Donners. Oder Dollars. Kapelle. Hmm. Hm. Sir. Have you seen my son? He has straw-colored hair, freckles on his nose. A child. Twelve winters to him. Sorry. I haven't. I've been burning fires here to lead him through the mists. Oh, my dear son. I hope you find him. I seek the strigger that has its lair somewhere around here. Sir, Sie sehen die alte Kirche auf der Helle? Die Striga leben in der Krippe. Sie wächst auf der Nacht und rohnt in der Suche der Blut. Sie lässt Sie sich alleine? Once, sie kam für mich. Ich habe nicht geholfen, denn ich habe diese Feuer geholfen, um meine Sonne durch die Nacht. Der Monster hat es geholfen, dann hat sie mich aufgehört. Interessant. Aber ich habe sie gesehen, einen Mann zu treffen. Horrifying. Tell me. Der Monster hat es geholfen. Der Monster hat es geholfen, um sie zu spüren. Ich habe es entschieden, um die Stadt zu entfernen. Sie versuchen, mich in der Armee zu entfernen. Glücklich, King Foltest hat zurückgebracht. Sie werden die Nicht-Humans zurück auf ihre Leashen geholfen. Wahrscheinlich so. Ich weiß, was ich dir sagen. Ich freue mich. W狙걸. Ja. Ja. Hä, was? Was? Wow. Nur wegen dieser Erinnerung? Hm. Okay, was müssen wir für ihn tun? Droiden? Seltener Hauptmann? Ist es das hier? Wo ist denn hier? Da vorne. Hm. Hier ist wohl nur die Gruft, wie es aussieht. Dann gehen wir wieder. So. Das kommt zum Schluss. Ich werde zuerst die legendäre Rüstung machen. Hm. Hm. Wo ist das? Da vorne. Okay. Was willst du denn? Hm. Na komm schneller. Danke. Okay. Oh. Schön. Hm. Na, da bin ich jetzt gespannt. So. Hm. Hm. Eingestürzte Brücke. Wo denn? Das hier? Okay. Hm. So. 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 Ach man. Bin ich überhaupt richtig? Ach. Ach. Geh weg. Ach. So. Halt ein Herrenhaus. Hm. Okay. Rabeskruft ist irgendwo da vorne. Moment. Okay. Und was ist das für ein Herrenhaus hier? Hm. Ja, das hier mit dem Sof ist jetzt Neuland für mich, denn als ich hier war, habe ich direkt das mit der Striege gemacht und alles andere liegen gelassen. Das war das Doofe. Hier ist es okay. Naja. Dafür ist es jetzt blind. So wie es sein sollte. Schatzsuche. Ja, ein Schatzsuche ist da. Oh, das ist jetzt unheimlich. Oh, oh. Ah, doch nicht. The Eternal Fire must have sent you, Master. Why are you here, good man? I seek the grave of Raven, the great warrior. They say it contains vast treasures. Find anything? Horrid monsters attacked. Then stones fell, trapping me. Were it not for you, sir? Hurry, while the path is clear. I'll see about those monsters. So, ja, verschwinde. Das ist meine Ruft hier. Katze, Katze. Einmal den. Flatterer. So. Flatterer. Na, was geht ab? Hm. So, und Nummer 5, 5. Tschüss. Hehe. Nice. So. Noch mehr Flatterer. Ich hoffe, hier gibt es auch noch Zementau und das wäre schön. Die brauche ich. Ach, ne. Ihr seid scheiße. Scheiße seid ihr. Aber es geht. Nicht so scheiße wie die anderen 9. So. Ich bin ja gerade ein bisschen krank. Bis jetzt auch schon wieder zwei Tage her seit der letzten Aufnahme. Und da hat sich leider wieder was eingeschlichen. Nein. Nein, aber da müssen wir durch. Denn ich habe endlich mal vor, der Witcher durchzuspielen. Hat auch schon lange genug gedauert. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das sind zu viele. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein.